Als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich richtig viel Löwenzahn am Rand gefunden, weshalb ich das für die Kaninchen mitnehmen wollte. Und seht ihr diesen Schlüssel? Ich habe den auszusehen gestecken gelassen und ich habe so unfassbar Ärger von meiner Mutter bekommen. Und dann habe ich das Essen auch den Kaninchen gegeben und sie haben sich so gefreut und sind so flauschig und süß. Dann habe ich mich mal wieder dazu entschlossen, so Reiswasser zu machen für die Haare. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall macht man da einfach Reis und Wasser und lässt das Ganze für 1-2 Tage stehen. Und dann flasht man damit seine Haare, dann werden sie richtig weich und gesund. Ich muss das immer verstecken, damit meine Mutter es nicht sieht, weil sie meint, dass es Reis verschlebt. Ohne habe ich Red Bull getrunken, obwohl ich das eigentlich reduzieren wollte. Und es gibt auch eine neue Edition. Und wie findet diese Frisur? Irgendwie habe ich sie neu ausprobiert, aber ich finde sie so schön.